Endlich bekommt Dragon Ball Z, Dokkan Battle, Global und JP ein Pity System. Aber, hierbei gibt es noch ein Aber Freunde, darüber werden wir gleich sprechen. Wir haben auch ein Schedule, also die zukünftige Planung grob, was sich die Producer vorstellen, wie Dokkan jetzt bis hin zum 10. Jubiläum tatsächlich weitergehen sollte. Vor allem mit dem, dass beide Versionen ja synchron gebracht werden. Also dass dann ab einem gewissen Zeitpunkt beide Versionen denselben Stand haben. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Und apropos Schedule, Freunde. Da wurde kurz in den Producer, der heute gesprochen, sowohl für Global als auch JP, vom Schedule. Also wir sehen ja, ganz links auf der Timeline sehen wir das 7. Jubiläum. Zwischendurch kamen wir die Worldwide Starvation. Dort wurden neue Carnival-Featured-Charaktere vorgestellt. Dann zum 8. Jubiläum kamen neue Stand-by-Skills. Und jetzt, wo wir quasi gerade sind, von der Worldwide Starvation, haben wir neue Original-Animations bekommen, als auch eine Domain-Mechanik und so fort. Und was ist jetzt der Plan ab heute, also nach der Worldwide Starvation bis zum 9. Jubiläum? Tatsächlich sogar bis zum 10. Jubiläum. Lasst euch von diesem Schaubild nicht irritieren. Hier steht ja dran, dass auch noch das große geplant ist, nämlich, dass man Global und JP zusammenführt, synchron macht, dass beide Versionen auf demselben Stand sind. Aber hier steht glasklar dran, also wann das geschieht, weiß man noch nicht. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das passiert zum 10. Jubiläum, bis hin zum 10. Jubiläum. Ne, das wissen wir noch nicht. Also steht der Glas da dran. Aber rein logisch, natürlich, also ich gehe davon aus, dass es zwischen dem 9. und 10. Jubiläum irgendwann der Fall sein wird. Hätte ich persönlich die Wahl, würde ich es direkt zum 9. Jubiläum machen. Ich würde sofort das Global-Jubiläum mit dem Japan-Jubiläum verknüpfen. Und ab dann würde ich die Version synchron machen. Denn das Japan-Jubiläum ist Ende Januar und das Globale ist erst im 7. Monat July. Aber, nachdem wir das heute bekommen haben, also die News dazu, zum Schedule, glaube ich nicht, dass das zum 9. Jubiläum bereits passieren wird. Ich werde sowieso noch ein separates Video machen, zu all meinen Gedanken, bezüglich, dass die Versionen synchron gemacht werden, synchronisiert werden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, falls ihr das nicht verpassen wollt, Boys & Girls, da ist gern ein Abo da. Ansonsten, ja, also wir haben ja die Information sowieso schon bekommen, dass sie tatsächlich bis zum 10. Jubiläum schon geplant haben. Da bin ich mal sehr drauf gespannt, was sie wirklich geplant haben. Ich fand die Domain-Mechanik echt eine schöne Abwechslung. So ein Spielfeld-Zauber, kurz gesagt, in Dokkan, gefällt mir sehr. Also die Units, die das haben, Samas und Future Gohan, da bin ich auf jeden Fall ein Fan davon. Worldwide Celebration, mache ich auch noch ein einzelnes Fazit-Video eventuell. Falls ihr es sehen wollt, lasst mich wissen. Die Worldwide Celebration dieser war nämlich komisch. Lange Rede, kurzer Sinn, Freunde, irgendwo, ne, wissen wir auch noch, dass ab dem 9. bis zum 10. Jubiläum zwischendrin die Versionen auch noch synchronisiert werden. Genau. Außerhalb davon... Also die haben einfach nur tatsächlich einen kurzen Einblick beziehungsweise Schedule gegeben. Außerhalb davon haben wir noch folgende Nachricht bekommen, Boys & Girls. Die gelben Coin-Banner bekommen endlich ein Pity-System. Was heißt ein Pity-System? Das heißt, nach so und so vielen Stones oder In-Game-Währungen, die du in einem Spiel ausgegeben hast für einen Charakter, für den man ziehen kann, bekommst du ihn garantiert. Genshin Impact hat zum Beispiel ein Pity-System. Na, garantiert Pity, Soft Pity. Legends hat ein Pity-System. Habe ich ja bei Orange Piccolo erfahren tatsächlich. Nach wie viel waren es? 40k CC. Habe ich Orange Piccolo dann mit dem Pity-System mir geholt. Also ich habe ihn garantiert direkt zum Release bekommen können. Falls ich ihn nicht gezogen habe. Und Stand für sich, also jetzt ist einmal total dahingestellt, wie so ein Pity-System von Spiel XY funktioniert, finde ich es äußerst wichtig, dass wir in einem Gacha-Game in der modernen Zeit ein Pity-System haben. Auf egal welche Art und Weise. Und Dokkan ist in diesen Sachen noch übertrieben langsam. Die kommen da mit einem Schneckentempo an. Also die haben jetzt auch uns hier das Schedule gezeigt und ihr geplantes Pity-System. Aber das ist, die verkaufen das, als hätten die so, keine Ahnung, das Gold neu gefunden. Die sind übel langsam mit dem, was sie machen. So, also jetzt wisst ihr, was ein Pity-System ist. Wie funktioniert das Pity jetzt? Zum einen wird es nur für gelbe Coin LR sein. Ich habe mir schon einen Joke gesagt, warum, also wir haben endlich ein Pity-System, aber warum für gelbe Coin-Banner, weil da sowieso niemand summont. Und es ist ja logisch. Nachdem es Dokkanfest LR gibt und dann auch noch Carnival LR hinzugefügt wurden, ist es für mich nur logisch, dass sie das erstmal so an dem gelben Coin-Banner raushauen und so verkaufen, als wäre das richtig gut. Ich meine, natürlich hat das Ganze eine gute Sache. Endlich ist das Ding mal gekommen. Es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber das mache ich damit. Die Schritte von Dokkan sind übertrieben langsam, also im Schneckentempo einfach. Lasst ihr mich mal wissen, wer das mit dem Pity-System findet, dass Dokkan ein garantiertes Pity-System hat. Vorerst nur für die gelben Coin-Banner. Natürlich finde ich es gut. Definitiv. Aber wir müssen da weiterhin Feedback geben. Es wird auch eine Umfrage geben jetzt nach der Worldwide Celebration. Da bitte ich euch, da mitzumachen. Und dass ihr das dann eben schreibt. Okay, ja, wir wollen aber nur für die Haupt-Banner Pity-System. Denn, wie man aus diesem Bild erkennt, Dokkanfest LR-Banner, also Carnival-Banner, die bleiben so wie sie sind. Nur die normalen gelben Coin-Banner werden geändert. Folgendermaßen. Und zwar bekommst du für Summon bei gelben Coin-LR-Bannern nochmal zusätzlich Summon-Coins in Klammer Limited. Und diese, je nachdem wie viel man dann hat, kann man dann direkt für den neuen Charakter eintauschen. Dies sollte zum Beispiel, Global hat jetzt die Tal Celebration und da kommt noch ein gelber Coin-LR, nämlich der LR Goku. Und die haben auch gemeint, wenn ich es richtig verstanden habe, ab dem nächsten gelben Coin-LR-Banner wird das direkt implementiert. Das heißt, auf Global, wenn der LR Goku kommt, von der Tal Celebration, der hat dieses Pity-System. Wir wissen noch nicht, nach wie vielen Coins man ihn holen kann, aber man kann zumindest gelbe Coin-LR dann garantiert holen. Das finde ich gut. So, und das ist so oder so eine Lösung, die ich so oder so vorgeschlagen habe. Darüber haben wir oft geredet. Das ist ja ähnlich wie in Legends. In Legends bekommst du auch für Summon jeweilige Coins. Ich meine, ja, in Dokkan haben wir auch gelbe Coins, rote Coins, grüne Coins etc. Also ich weiß noch nicht, wie es ganz funktioniert, aber meine Lösung wäre oder meine ideale Vorstellung wäre, dass man für Summon hier, ich sag's mal, also man bekommt ja Limited Coins, dass man diese Limited Coins bekommt. Und im Endeffekt, wenn das bei einer Offline geht und du aber nicht die nötige Anzahl an Limited Coins hast, um den Krabbegrant hier zu holen oder du ihn davor gezogen hast, dann hat man im Endeffekt trotzdem die Möglichkeit, dass man diese Limited Coins gegen die normalen gelben Coins eintauscht, die man hier so oder so bekommen würde. Ja, das ist ja einfach nur eine Win-Win-Situation. Und das wäre so mein, das ist ähnlich wie in Legends, da kann man auch die Coins dann im Endeffekt gegen Tickets oder andere Items und so eintauschen. Das wäre so meine Lösung tatsächlich. Und das aber noch nicht alles, das finde ich tatsächlich den Zeitenschritt, also beziehungsweise die Zeit der Änderung an den gelben Coin-Banner, das finde ich übertrieben gut. Und das ist auch so eine Sache, die will ich aber auch in den normalen Bannern, nämlich Steps. Was steht hier dran? Für sieben Runden, also sieben Durchläufe, bekommt man garantiert einen Featured-Charakter für jeden oder nach jedem dritten Multi, beziehungsweise in jedem dritten Multi. Multi 1 hast du raus, Multi 2, Multi 3 hast du garantiert einen Featured-Charakter. Eine Runde ist vorbei und das kannst du bis zu siebenmal machen. Junge, endlich, verdammt nochmal, das gibt es doch nicht. So viele Kack-Charaktere hat das. So einer wie ich, der nur die neuen Charaktere will, dem sind die Nicht-Featured-Charaktere völlig Wurst. Nicht immer. Also jetzt bei den gelben Coin-Banner, je nachdem, wenn er so ein Nicht-Featured-Guter-Ella-Job wie Ella Bulma ist, ist natürlich geil. Aber mich interessieren eigentlich nur die Featured-Charaktere so. Und endlich gibt es Featured-Steps. Das große aber ist vorerst nur für das gelbe Coin-Banner. Ich brauche sowas auf jeden Fall für Dokkan-Fest-Banner. 100% als auch für Karneval-Banner. Ich habe, wir sind jetzt aus der Worldwide-Cerebration raus, ich habe übertrieben viel Gesamt für die Charaktere. Geil, bei Gohan und Samus hatte ich Glück. Vegito und Trunks habe ich leider nicht gezogen. Warum gibt es in den Dokkan-Fest-Bannern nicht garantierte Featured-Steps? Dass ich weiß, okay, im dritten Multi habe ich garantiert einen Featured. So, da ist die Chance schon besser, dass man eben den neuen Charakter zieht. Also die Änderung finde ich echt gut, aber ich will das auch für die anderen Banner. Natürlich will ich auch das Pity-System für die anderen Banner. Diese Änderung, Boys und Girls, müssen meiner Meinung nach für jedes Banner kommen, weil das einfach nur komplett RNG. Natürlich, also man wird natürlich noch weiter in die normalen jeweiligen Coin-Zonen bekommen. Hier die roten Coins, hier die gelben Coins, hier die grünen Coins. Leute, Hand aufs Herz. Was zückt mich das? Also grob und böse gesagt. Ich habe LR Vegito Blue nicht gezogen. Was zückt mich das, dass ich jetzt 500 Red Coins habe? Würde ich auch noch Global Main sein? Er hat sein Comeback erst in einem Jahr. Juli. Erst Juli. JP ist demnächst sein Comeback. Das ist gut, dann kann ich ihm mit Coins holen. Aber würde ich nur Global Main sein? Ich müsste ein Jahr warten auf sein Comeback. Bis dann ist er outdated, sein Vater. Das lügt kein Swans dann. Aber deswegen auch, bezüglich Schedulen. Ich würde das ab dem Jubiläum so zusammenführen, tatsächlich. Dass auch solche Charaktere früher ihren Comeback haben. Heu, es gehört so viel dazu. Ich bleibe mich für zusehen. Lasst ihr mich wissen, wie das Ganze findet. Das ist endlich ein Pity-System. Ein erster wichtiger Schritt. Meiner Meinung nach ein langsamer Schritt. Ich hoffe aber natürlich, dass der nächste Schritt dann schneller ist. Und wir das auch für die anderen Banner bekommen. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Macht's gut. Peace.